Und wir sind zurück. Ja, ich hab den noch nicht gefunden. Ist gut. Haben wir neue... Ja. Ich weiß nicht, warum ich das... Ich kann das Ding doch aber auch. Genau, mach ich mal hier hin. Die sollten auch mal wieder aufleben, finde ich. Ich hab ganz viel Finanzen verbraucht. Boah, wir müssen erstmal... Ne. Also, ich geh erstmal eine Runde pennen. Weil sonst erholen wir uns nicht. Und eine Heiltränke dafür will ich jetzt nicht raushauen. Ach, verdammt. Falscher Ort. Mach ich gleich. Das Artwork zu Amon sah eben ziemlich cool aus. Hm. Da konnte ich pennen, ne? Sehr schön. Sehr schön. Guck mal. Aha. Talente. Erhalte Bindung, wenn du von Gegnern getroffen wirst. Oh, nicht schlecht. Sollte eher der Tank nachher kriegen. Agilität aber auf jeden Fall. Und... Ist eigentlich auch okay. Abhärtung. Äh. Oh. Talente. Taika. Finde ich eigentlich ganz gut. Da sie... Wieso noch ein bisschen was lernen muss dafür. Also, sowieso schneller. Noch eher Bindung mit anderen hier eingehen muss. So, Magie oder... Abhärtung. Magie macht auch Sinn. Oder ich hätte vielleicht... Ah, verdammt. Aber dann ist jetzt mal nämlich den hier. Dann... Fluch. Kampfgefährten. Okay, nice. 19, 10, 10, 8. Okay. Sollte mir vielleicht mehr Heilbalsam herstellen. Ich glaube, das eine Ding ist wieder auf Level 0. So gesagt. Hier, die... Das Ding hier. Macht ja nichts. Aber trotzdem, ne? Heilbalsam Plus. Elektroschuss. Elektroschuss? Achso, Blast... Ah. Wasserschuss wäre vielleicht auch bald... In voll. Mutiert? What? Okay, warten wir mal noch mal kurz ab. Ah, ist das... Ich sag der Kaktus. Ne, hier, der, oder? Da ist das Nächstes dran. Aber Wettenabste... Wir kriegen immer noch 10 von denen. Ich glaube, ich mache das mit der Bewässerung auch falsch. Ich glaube, der muss vielleicht mal... ganz knapp drüber sein. So. So. Ja, tut mir leid. Ich muss jetzt mal ein bisschen... Ein bisschen hier auch mal machen. Dein... Ach was. Ah, deswegen. Ja, Entwurzeln. Packen wir hier rein. Ach, die haben wir bekommen, weil wir das so hoch hatten. Ich mache die Munition mir Schaden oder so. Krass. Finde ich gut. Finde ich gut. Oder muss ich die in diesem Ding drin lassen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht. Habe ich vielleicht Tutorials? Kampfgegenstände Gesundheit. Ernten. Gießt ihr die Pflanzen im richtigen Maß, um ihre Wachstumsgeschwindigkeit zu maximieren? Ach so. Ach so, das ist das optimale Level. Okay. Okay, das ist schon zu viel. Also das muss einfach drin bleiben. Okay. Okay, das ist zu viel. Noch zu viel. Schon wieder, ne? Lysrose, geil. Wir sollten uns mehr mit diesem Thema hier befassen. Das ist nice. Okay. Okay, wir kriegen gerade so viel Shit hier. Ich kann gleich so viel Kram herstellen. Das wird wahrscheinlich 20 Minuten jetzt den Shit hier sein. Das tut mir leid, aber hat auch irgendwo Konsequenzen, wie gut wir hier unsere Munition ähnliches uns erarbeiten. Und das meiste Geld wird sowieso dann für Flaschen rausgehen, denke ich. Sonst sollen wir jetzt ganz viele Lysrosen kriegen, ne? Ah ne, Lysrosen haben wir auch da. Das ist einfach nur Lys... Okay, doch. Ne, das ist ein kleiner Lysrosen gewesen da. Yeah. Ja. Okay, okay. Ah. Ich komme gar nicht mehr hier weg. Okay, bevor jetzt... Oh Gott. Äh. So, faul. Okay. 11 zarte nice ich würde natürlich auch immer mehr scheinbar so krass bei dem ich auch schon bei zehn hätten wir also wir hätten uns echt wir früher damit beschäftigen sollen eine sehr coole sache muss ich sagen auch wenn das er an mobile game erinnert wo man jetzt die ganze zeit immer nachgucken muss und ständig belohnung die dafür bekommt aber ohnehin zu viel ich habe mit schiefen bekommen gardener of lingo arvest 1000 fluss zum alter so viel was wann haben wir das gemacht tausend stück ja gut es geht relativ schnell aber trotzdem mit zeit dass die nächsten mutieren ein scheiß auf ordnung ganz ehrlich wenn ich die entwurzelung des neuen machen muss das tempo nimmt ab oder was ich krieg nur manchmal 11 raus so 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 viel Stuff hier. Die müssen aber auch bald aufleveln wieder. Die hier sind am Maximum noch nicht, die auch noch nicht. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob man dafür noch Ableger neu bekommt, also... Äh. Möglich? Ich weiß es nicht. Oder haben wir schon irgendwas? Natürlich nicht. Wir haben auch 10 raus. Schon sinnig. Das ist eine coole Sache, dass man sich die Munition auch erfarmen kann. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich tu gleich mal neue Behälter wieder. Sonst bringt uns das hier auch nichts. Wenn wir die ganze Zeit hier die Lüßrosen und so sorgen. Von denen wird es ja bestimmt auch noch mehrere geben. Weil sonst wird es nicht nur milde Schockwurzel sein, sondern nur Schockwurzel. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Oder wir können die noch gar nicht freispielen. Kann natürlich auch sein. Weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall vor jedem Abenteuer, vor jeder neuen Reise, nach jedem Boss sich hier einmal komplett aufzurüsten. Oder wir machen es jetzt schon unser Leben lang. Natürlich auch möglich. Aber wir werden ja noch mehr Früchte, äh Pflanzen kriegen. Feuerzunge. Geil. Aber solange wir hier neue Sachen kriegen, gehe ich hier leider noch nicht weg. Hier kriegen wir aber auch nichts neues gerade. Ah ja. Ja. Rundschaft. Here. Und jetzt? Dann. Ich weiß es. Da kommt der Rundschaft. Ja. Da kommt der Rundschwein. Bevor es wieder was Neues gibt, ich hole mal Fläschchen. Ja, hier. Das ist also nur eine Crafting-Folge diesmal. Ah, ich glaube immer falsch. Er ist ja oben. Er ist ja oben. So. So, sehr schön. Ich habe eine Menge gekauft. Jetzt ist wahrscheinlich schon wieder alles fertig. Ich muss noch ein bisschen craften. So, das lohnt sich aber echt, ne? Oh. eigentlich haben wir jetzt schon wieder genug erst das erste aber trotzdem ich bin mir gerade sicher dass es wirklich reicht doch eigentlich schon aber problem daran ist wenn man schnell ergebnis an der einstelle kriegt will man das natürlich auch länger machen wenn man dadurch ein größeres rewarding feeling so gefährt aber für relativ geringen aufwand relativ herausbekommt in diesem fall und da ist die ambition da kostet ja nicht viel zeit denkt man sich so immer mehr auch ich gucke nur ob die gut gegossen sind und dann gehe ich weiter oder ernte die vielleicht noch kurz dass sie wenigstens ein bisschen lämeln können noch doch auf der schön das war die crafting folge